Wir sehen uns in 7.3 weiter bis Voikig wieder, versuchen dieses Mal das Zeitrennen und egal wen wir hier nehmen, wir haben keinen Verbündeten hier, also müssen wir das auf eigene Hand schaffen. Wir machen zwei beherzte Rollen nach vorne auf die erste Plattform in das Fass hinein, hier können wir ebenfalls abkürzen, da in den Aufwind gelangen kommen auf die kleine Plattform zu dem kleinen Fass, da mussten wir warten bis die Plattform da ist, so in etwa in dieser Höhe können wir wieder abkürzen mit Weitensprüngen auf die Gegnerköpfe, da springen wir durch die Mitte hindurch, da lassen wir uns wieder nach oben treiben zum nächsten Fass. Hier lassen wir die Feuereulen links stehen, wir machen einen beherzten Sprung auf die große Eule hinauf, kürzen hier wieder großzügig ab, da lassen wir ein bisschen Zeit, denn hier sind ein paar fiese Flammenköpfe und auch hier können wir den Weg nicht abkürzen, wir müssen hier zu Ende fahren, also einfach warten bis die Mitte da ist, dann drüber springen an das nächste Fass. Hier hätten wir wieder ein Herz, falls wir irgendwo ein Leben gelassen haben, dann machen wir wieder einen weiten Sprung auf ein paar Gegnerköpfe, die ebenfalls den Weg für uns abkürzen, jetzt kommen jede Menge Eulen, das kennen wir, da warten wir auf die Lücke, da war sie. Hier wieder einige weite Sprünge, da hält uns niemand auf, wenn wir das machen, also können wir hier wieder sehr viel Zeit gut machen, bis wir bei der Eule sind, hier wieder ein bisschen den Weg kürzen, auf die Eulenköpfe, auf die Eulenköpfe, durch die Flammen, auf die Eule, hier wieder nach unten, da müssen wir wieder nach oben, jetzt kommt die Rakete, da sind wir kurz vor dem Ziel, hier können wir nichts machen, einfach wieder die Fahrt zu Ende fliegen, hier rüber springen, ducken, springen, ducken, springen. Im Aufwind sind wir jetzt, da ist das Fass und wir sind fast 4 Sekunden vor der Goldmedaille ins Ziel gekommen, da ist das nette Schmeinchen, das winkt uns, wir haben es geschafft, 1.4047, nicht unbedingt die beste Zeit, aber eine, die wir brauchen, um Gold zu erreichen. Und jetzt의 ein beslut.